Von der Marke All Nutrition Protein Pudding, da bin ich mega gespannt, in der Sorte Vanille Quick & Tasty. Dann hier einmal die zubereiteten Nährwerte sind auch top und ich hatte von All Nutrition mal den, oder war das XXL Nutrition vom Fitness Shop Hamburg, Pistazien Pudding, den fand ich auch genial. Dann den Flasty Birthday Cake Sprinkles, da freue ich mich so drüber, also mit echten Streuseln, das wird glaube ich optisch dann schon ein richtiger Hingucker. Und hierüber freue ich mich besonders von Oat King Proteintassenkuchen Mug Cake, den gibt es in zwei verschiedenen Sorten im Fitness Shop. Chocolate Chip Cheesecake habe ich mir jetzt ausgesucht und da kann man 10 Servings machen, also 10 Tassen Kuchen, auch perfekt für die Arbeit als kleiner Snack in 90 Sekunden.